Herzlich Willkommen bei Marquardt Immobilien, deinem Kanal für den Kauf und Verkauf von Immobilien. Mein Name ist Martin Marquardt, ich bin Diplom-Ingenieur für Maschinenbau, Immobilieninvestor und inzwischen selbstständig als Immobilienmakler tätig. Ich habe bereits vor meiner Tätigkeit als Makler mehrfach Immobilien gekauft und auch wieder verkauft, wobei sich der Unterschied von der Preisspanne überwiegend durch das Marketing unterschied, während ich nur relativ wenig an den Objekten verändert habe, um sie wieder verkaufen zu können. Von Bad Kissingen aus vermarkten wir inzwischen deutschlandweit Immobilien, überwiegend Einfamilienhäuser für den Eigenbedarf oder Mehrfamilienhäuser für Kapitalanleger. Die professionelle Vermarktung deiner Immobilie durch die Nutzung vielseitiger Medien und modernster Technik begünstigt den Verkauf signifikant. Ich bin als Einzelkämpfer gestartet, inzwischen unterstützt mich ein Team an Mitarbeitern bei der Umsetzung unserer Aufgaben. So haben wir beispielsweise auch einen Social Media Manager, der für uns die Post von Facebook oder Instagram organisiert. Wir haben jemanden, der unser Mediendesign macht, also sprich die Erstellung von Printmedien, die Bearbeitung von Bildern und die Bearbeitung von Videos. Ausgestattet mit einer 360 Grad Kamera, Drohne und einer Webseite mit Funktionalität bieten wir unseren Kunden einen überdurchschnittlichen Mehrwert. Durch unsere Aktivitäten und unser Know-how haben wir inzwischen einen Kundenstamm aufgebaut, den wir über die sozialen Medien und über unsere Newsletter mit Neuigkeiten über uns und neue Angebote informieren. Wenn du eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchtest, zur Eigennutzung oder zur Kapitalanlage, dann findest du hier die passenden Videos. Die Umsetzung ist nicht immer so einfach, wie ich das hier vielleicht im Video darstelle. Das ist mit Erfahrung manchmal leichter gesagt als getan, das kennen wir alle. Solltest du Hilfe benötigen, kontaktiere uns einfach. Ich wünsche dir viel Spaß auf unserem Kanal und das Abonnieren natürlich nicht vergessen.